Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Pferd ab in deiner Box und hier sind schon mal alle Ponys, Fohlen und Pferde aufgestellt. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Hof im Überblick. Ja, so sieht mein Hof gerade aus. Er gefällt mir mega, mega gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann jetzt mal an. Und zwar fangen wir an mit diesem Platz hier. Da ist ja klar, da sind ja die alten Pferde nur drauf. Und zwar einmal kommt da jetzt die Jenny hin. Ja, ich weiß, hier ist kein Grasteppich mehr, aber egal. Dann hier der Pepino. Den stelle ich jetzt einfach mal hier so hin. Der liebe Quentin, der kommt dann da auch hin. Ich stelle ihn jetzt mal so hin. Und dann noch meine liebe Chrissy. Den stelle ich jetzt hier mal so hin. Und ja, das war es auch schon. Dann machen wir weiter mit der Box. Ich weiß, das ist nicht wirklich eine Box, aber ich möchte halt unbedingt die Schwarzwälder auf dem Hof haben. Hier sind sie. Aber ich habe halt hier so keinen Platz für sie auf dem Hof. Deswegen müssen sie halt da hin. Und hier ist ihr Fohlen. Übrigens hier, das ist Luria. Das hier ist Ono und das hier ist King. So, da stehen sie jetzt. Ich weiß, es sieht ein bisschen eng aus. Ist es auch, aber es ist ja nur Schleich und ich werde da mal gucken. Vielleicht finde ich mal einen besseren Platz auf dem Hof für sie und ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Fährer-Einzelboxen. Da hole ich mir jetzt gerade schon mal die Pferde raus. Und zwar einmal hier meine Pia mit ihrem Fohlen Chiara. Und die Bonita. Bonita auf jeden Fall. Und ihr Fohlen Ghost. Ja, okay. Bonita fällt erstmal um. Dann natürlich mein Oscar. Und der liebe Franjo. Ich hole jetzt gerade erstmal hier die Hengste. Oder warte, er ist ein Wallach. Und uh, er ist ein Hengst. Ja. Franjo kommt hier rein. Und mein super süßer Oscar, der kommt hier rein. So, dann hole ich jetzt mal die Schnuten. So, ähm, Bonita kommt mit Ghost hier rein. So. Und die Pia, die kommt hier rein. Und die Chiara natürlich mit. Dann machen wir weiter mit dem Bereich hier. Da ist eigentlich schon klar. Ähm, da. Da kommt meine, ähm, Genie rein. mit ihrem Fohlen Friede. Und noch die Escada. Mit ihrem Fohlen Christmas. So, die füge ich jetzt da mal rein. So, ja, und dann daneben, da kommt meine Fonita mit, wo ist die Fohlen? Da, mit ihrem Fohlen, ups, Kion rein. So, ja, dann da hinten sind die Schweinchen. Habt ihr ja auch jetzt schon hier gerade gesehen. Dann hier ist richtig klar bei mir, also da sind wirklich immer die Araber drin. Ähm, da. Ja, also einmal Adi, Lucinda und Kenia. Die drei müsstet ihr auch aus meinem Kurzfilm, ähm, ja, kennen. Sie haben in dem Kurzfilm Der Teufel und die Puppe mitgespielt. Also sie waren, ja, so die Hauptfiguren eigentlich. Und, ja, hier dann kommen dann die zwei Ponys hier rein. Also einmal mein Tobi und mein Sternenschweif. So, also hier kommt der Tobi rein. Und da kommt der liebe Sternenschweif rein. Hier dann, ähm, kommen einmal Millie mit ihrem coolen, ähm, Flipper rein. Die Paola und übrigens, sie heißt jetzt Paola bei mir. Ich finde Sandy auch noch voll schön für sie, aber ich nenne sie jetzt, äh, fürs erste Mal Paola, weil ich finde den Namen einfach mega schön für sie. Und dann noch hier den Rocky und den Donner. Ähm, ja, also Donner, der kommt hier rein. Der Rocky, der kommt da hinten rein. Die Paola hier nach vorne. Und Millie mit ihrem Fohlen kommen dann natürlich da rein. Hier die Box bleibt frei, denn da kommen neue Pferde rein, aber die, ähm, habe ich jetzt noch nicht. Die, ähm, werden aber bald kommen. Dann kommen wir schon zu der Hossklapp-Ecke. Hier, da kommen eigentlich immer Kasper und Malu rein. So, und da, ähm, ja, müsstet ihr wissen, da kommen meine Hossklapp-Pferde rein. Einmal Mystery mit ihrem Fohlen Felix. Blossom mit ihren Fohlen, Branda und Stormy. So, und Cayenne und Storm natürlich noch. Cayenne kommt da rein. Der Storm, der kommt da hinten hin. Blossom mit ihren Fohlen dann da hin. Ja, und Mystery mit Felix natürlich noch dann hier hin. So, hier dann kommt die super, super süße kleine Herzchen rein. So, und hier ist natürlich auch klar, da kommen meine Chattis rein und hier der Süße. Wir fangen jetzt mal an mit ihm hier. Er kommt nämlich da hinten in die Box rein. Ja, und hier dann die drei mit ihren Fohlen, also Spotty mit ihren Fohlen Keks und Cookie mit ihrem Fohlen Pancake. Und hier die kleine, die noch keinen Namen bei mir hat, aber ich habe schon ein paar Namen im Kopf. Und sie kommt jetzt mal hier hin. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!